Und es geht heiter weiter bei Transistor. Unser Schwert hat schon wieder einen abbekommen. Und somit nähern wir uns, denke ich mal, einem nächsten Endgegner. Aber der wird doch wohl absolut kein Problem für uns sein mit unseren neuen Attacken, die wir in der letzten Folge bekommen haben. Hier geht es nicht lang. Das ist eine Sackgasse. Eine Wand. Ich bin mal gespannt, wo es jetzt hier hingeht. Goatwalk, Durchgangsstraße. Näher kommen. Das Rückgrat entdeckt. Schon wieder Rückgrat? Ehrlich jetzt? Haben wir doch schon fertig gemacht. Die Frau ohne Stimme. Der Mann ohne Körper. Jawohl. Was machen die denn da? Hör auf damit. Voll weggewummt. Und nochmal. So, den sind wir schon mal los. Hallo. Also, jetzt auf den nächsten hier. Kommt der auch wieder? Oh. Ach, verdammt. Das war ja jetzt ein bisschen dumm. Das war wirklich nicht ganz so schlau. Ich muss natürlich die Spawns einsammeln dann. Zack. So, Zelspawn eingesammelt. Hinten mal drauf auf die Loots ziehen. Dafür muss ich nicht mal den Taktik-Codes wechseln. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Ist das auch bloß ein kleiner Fiesling? Oder? 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 Ja. Sind die jetzt ganz weg? So, losen wir den auch. Zack. Eingesammelt in Spawn. Zählt nicht als gecleared. Warum? Naja gut, da unten sind ja auch noch welche. Wahrscheinlich deswegen. Dann müssen wir die jetzt erst noch fertig machen. Oh nein. Da ist er wieder. Naja, kann er ja machen mit seinem Schwanz da. Solange er mich in Ruhe lässt. Fiesling weg. Oh, Achtung. Ah, verdammt. Das war jetzt nicht gut. Der scheint hier ein bisschen jetzt auch rabiat davor zu gehen. Der, das Rückgrat. Wenn ich hier gerade sehe, ich will halt da Frequenz, der da reinknallt. Aber davon lassen wir uns doch auch nicht verunsichern. Voll dumm, dass die dann immer wegfliegen, dass man gar nicht an die herankommt. Oh. Jetzt sollten wir doch in den Taktikmodus wechseln. Scheiße, das ist nicht so schön. Gucken wir mal. So, Zeller eingesammelt. Komme ich jetzt auch in die da unten ran? Ne. Doch, wenn ich hier runtergehe, oder? Anzahl der Zugriffe. 16.777.220. Also hier sind sie auf jeden Fall alle durchgegangen bei der Flucht aus der Stadt. So, runter da. Zack. Oh, hat er Angst? Ja. Siehst du mich weinen oder heulen? Nee, ich muss hier auch irgendwie durch. Also, das wirst du ja wohl auch schaffen. Oh, da ist eine Hintertür. Eine Hintertür. Rein da. Weißes Rauschen. Ja, das habe ich eigentlich auch gehofft, dass es nur einer ist. Zum Wechsel der Musik L drücken. Was haben wir noch? In Circles? Ja, das lassen wir mal an. Das ist cool. Und hoch. Haben wir hier wieder neue Türen? Jawohl. Oi, 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 oi. Sie riecht jetzt alles auf. Guck mal. Was haben wir hier? Da oben, aber die Tür ist immer noch zu. Leistungstest. Komm, wir gehen mal in den Leistungstest da rein. Du musst einfach nur länger durchhalten als sie. Ach, das war hier mit diesen Dingern. Alles klar. Das werden wir schaffen. Erlaubte Funktion 3 von 12. Na, da wissen wir doch, was wir uns gleich daraus basteln. Und zwar Funktion auswählen. Hier rein. Installieren. Nein. Ach, du Kacke. Na, dann kriegt er noch ein Pink als Verstärkung. Zurück. Fünf Wellen müssen wir erledigen. Alles klar. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Ah, die halten jetzt länger. Ey, der hat ja richtig gerade abgeschossen. Rennen wir hier hin. Knallen dir noch zwei rein. Oder einen zumindest. Na los. Oh, die sind ein bisschen langsam. Da muss man näher ran. Okay, merken wir uns. Jetzt müssen wir erstmal ausweichen. Aua, aua, aua. So, da müssen wir also näher ran. Dann rennen wir hier hin. Dann rennen wir hier hin. Ach, verdammt. Dann brauchen wir nur einen. Rennen hier hin. So, damit hätten wir es erledigt. Oh, lebt der immer noch. Nein, ist ja ausgewichen. Diese Runde. Nein, 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 nein. Du wirst nicht entkommen. Pass auf. Er fliegt gerade hier nach links. Also werden wir dementsprechend einfach von links ein draufhauen. Zack, weg, gesagt. Damit hat er nicht gerechnet. Ach, Mann, jetzt mach doch mal hier. Wieso sind denn die so langsam? Wir müssen ihn einfach einkreisen. Dann kann er nicht ausweichen. Zugangspunkt noch mal verwenden. Jetzt dürfen wir vier von zwölf benutzen. Und haben noch mal zwei mehr. Ich möchte noch mal schnell reinschauen. Wenn ich das dazugebe, schießt mehrere kleinere Stormfähren flächerförmig ab. Genau, das finde ich in Ordnung. Zack. Render. Und die nächste Wille. Schaffen wir. So, du kriegst hier gleich sofort einen drauf. Dann rennen wir hier hin. Wir dürfen die keine Chance lassen. So, dafür zu bringen, denke ich mal, auch los. Wow, der hat nicht gesessen. Kacke. Ausweichen, 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 ausweichen. Weg, 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 weg. Gleich mal draufsetzen. Dann hier hinrennen. Das ist noch nicht so richtig stark, ne? Aber es reicht erst mal, um ordentlich Schaden zu machen. Achtung, Achtung, du bist schon wieder getroffen gleich. Ah, kacke. Jedes Mal. So, du auf den drauf, dann hier hinrennen, auf den drauf, dann hier hinrennen, auf den drauf, dann hier hinrennen, auf den drauf, dann... Und das war es schon wieder. So, ich will sie sitzen. Nachladen, nachladen, nachladen. Da schießt er wieder. Ah, voll daneben geschossen, Leute. Ich hoffe, das sitzt. Da wird doch vor die Paparazzi los sein. Ja. Nur noch den Trottel. Zelle, Zelle, Zelle. Das ist schön, wenn er rennt, er ist immer so doof hinterher. Brauchen wir nicht mehr meine Taktik-Busen nehmen. Und weg ist er. Ach, Mann, komm, mach mal so raus. So. Mal sehen, wie viel wir jetzt benutzen dürfen. Was bekommen wir jetzt noch? Jetzt bekommen wir das Paket noch rein. Dann können wir Ping nämlich rausnehmen. Somit wird diese Installation entfernt und du wirst reingenommen. Upgrade installieren. Ich würde gerne mal gucken mit den Paketen, was passiert eigentlich, wenn ich da selbstopfernde Pakete, die von Schadensfeldern umschlossen sind. Damit haben wir doch eigentlich das gefunden, was ich doch probieren wollte. Dann müssen wir wirklich mal diese Installation rausnehmen. Wir installieren jetzt, äh, Funktion auswählen, installieren. Installieren. Und schade, können wir nicht installieren, aber in der nächsten Runde dann installieren. Ich bin mal gespannt, was das jetzt bringt. Gucken wir mal, gell? Achtung. Nächste Welle. Ne, Young Lady? Boah, ist das mies. So, ich hoffe, da können wir was machen jetzt hier. Wow, ich kann immer bloß zwei davon nehmen. Na, das muss aber reinknallen jetzt. Ah, ha, 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 cool. Haut aber auch ganz schön rein. So, gleich nochmal. Ah, verdammt, das ist nicht gesessen, schade. Ausweichen, 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 ausweichen. War das nochmal schafft? Ich hoffe nicht Oh, geiler! Schön, Sache! Auah! Gleich nochmal Das ist sehr, sehr cool Das ist natürlich doof, wenn der immer ausweicht Ach, meine Du rennst jetzt hier hin? Damit dürfen wir sie haben Jawoll! Ah, ich hasse es, wenn sowas dann kommt Aber das ist ja für unsere Pakete dann auch kein Problem Wir rennen hier hin Dann legen wir hier Pakete Da Pakete Und dann sind wir nicht mal los Zawumm Aufladen bitte Jawoll Wir müssen die Paparazzi noch loswerden Und dann da noch ein Die haben schöne Reichweite jetzt hier Sehr fein Das macht richtig viels Den Holtzimmer voll weg da Jetzt mach doch mal hier kommen 7! Ich fass es nicht Das ist eine Beleidigung Lädt noch nach Cooldown 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 Und weg Welle 3 Welle 3 beseitigt Damit hätten wir es geschafft Ah ne, ich muss ja noch eine vierte Welle machen Cool Dann können wir doch jetzt eigentlich noch die Pakete mit rein nehmen Ne Ne, wir haben wieder bis 2 bekommen Haaa Schade eigentlich Aber ich möchte gerne eigentlich noch das mit drin haben Das wäre natürlich richtig cool Wenn man damit noch was anfangen könnte Jetzt lasst mich mal überlegen Ach ne, kommt das ist so eine schöne starke Attacke Was stand denn los? Die Welle weiter hoch Oh, gleich mal hinrennen Waaah, guckt euch das an Fast 500 haut der Weg mit dann Jawohl Jawohl Ha 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 So Dann müssen wir die beiden gleich mal wirklich richtig einen reinhauen Aua, aua, aua Ich renne hinter sie Hallo, ich möchte euch meucheln So, zack Das dürften beide nicht überleben Sie drehen sich um, die Schweine Weg sind sie Schnell holen Ja Mach dich nicht lächerlich Und weg ist er Der lebt noch Was das soll Und er flüchtet vor mir Mein Gott, was soll das Also, ich bitte euch Kommt noch eine Welle Tatsache, alles klar Aber jetzt können wir noch Schön, 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 schön Genau Also, gucken wir mal Dass ich jetzt Ich müsste jetzt mal reinschauen Hier, Funktion prüfen Upgrades Fügt mehr Schaden zu Und schlägt Ziele nach oben Genau Das möchte ich doch dann hier reinnehmen Dafür müssten wir Eine Funktion Entfernen Selbstopfern Ne, das wollen wir ja lassen Gleichzeitig mehrere Kleinere Pakete Ne, wir nehmen dann Ein großes Paket Was richtig reinknallt Das kommt, glaube ich, cooler So, also müssen wir Dich entfernen Damit wir Dich einbauen können Hier Upgrade installieren Ja, es wird mir einfach Nicht zu langweilig Das die ganze Zeit Sozusagen Da stehe ich zu Na, nehmen wir Dich noch rein So, zack Damit wir hier Voll ausgereizt haben Eine Runde noch Alles klar Da wollen wir gleich mal gucken Eieieiei Was ist das für eine Bombe Sind die jetzt nicht mehr selbstopfernd Was ist denn das jetzt Aber ich dachte, die werden jetzt immer noch selbstopfernd Komisch, ne So, dann sammel erst mal ein Das ist ja jetzt ein bisschen doof Er legt gerade nach Legt nach Legt nach So, auch den eingesammelt Aber guckt euch mal an Was der reinhaut hier Ja Ja Hahaha Gute Nacht Marie Ei Reiß dich mal zusammen So, dann sind wir hier auch los Das ist ein schöner Attack Guck Oioioioioioioioi Da freue ich mich ja doch ein bisschen Arg Kann ich hier eins hinsetzen Da hinrennen Und dann noch eins hinsetzen Und weg sind sie Geht's Paket Ihhihi Hihihi Schön, schön, schön Da freue ich mich Das war gut Das Publikum flippt aus Schön Es wäre cool, wenn man jetzt noch eine dritte, also ein drittes Upgrade reinnehmen könnte, dass man die echt so... Ach, das wäre zu ultra dann. Das wäre zu ultra. Wollen wir noch so einen Test machen? Was haben wir hier gehabt? Geschwindigkeitstest. Wie schnell machen wir so fertig? Ja, los, komm. Geschwindigkeitstest 3. Ach, das ist jetzt unsere Vorgabe, die wir hier haben. Alles klar, was macht das? Alles klar. Für die Entfernung, gut. Dann wollen wir doch schon mal ganz viel legen, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob die dann... Achso, die explodieren dann irgendwann halt von alleine. So. In 24 Sekunden soll ich im Prozess terminieren. Na dann auch ein Skiri da drauf. Auf ein Skiri da drauf. Achso, wir können gleich mal... So, da hochladen, da hochladen. Äh, das sind ja ekelhafte Attacken. Wir müssen, glaube ich, jetzt erst die Skiri loswerden. Also mal drauf da. Gehst du mal kaputt hier? Los, zack, das wäre der erste. So, und jetzt müssen wir uns nur noch alles... Oh, wir haben bloß noch 6 Sekunden. Nur noch 6 Sekunden. Lade auf, Lade auf, Lade auf, Lade auf, Lade auf. Schnell, 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 schnell. Ah, kacke, das zählt nicht. Ach maaaann, das ist doch doof. Das ist jetzt nicht so schön. Test-fähige Schaden. Eieiei. Also man muss als erstes sofort auf die Dinger drauf gehen. Und dann kann man sich um die Pakete kümmern. Na, dann wollen wir gleich normal starten. Schwubidiwub. Fahrt hoch. Prozess gestartet. Au, au, au. So. Mach dich hier weg. So, dann haben wir den schon mal erledigt. Jetzt noch den. So, zack. Aber jetzt haben wir bloß noch 7 Sekunden Zeit, um uns um den Siegel zu kümmern. Und das ist doch doof. So bringt das nix. 5 Sekunden. 3, 2, 1. Das schaffen wir wieder nicht. Och, man ey. Aber ich hab ne Idee. Ich will proben mal einmal noch und dann gehen wir wieder ins Spiel rein. Aber ich möchte noch einen Test machen. So. Und zwar setze ich jetzt hier ein Paket hin. Und haue sofort noch das nehme ich hinterher. Dann setze ich hier ein Paket hin. Und kann den nicht hinterher holen. Aber das ist zu schlimm. Oh, man, 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 man. Ich hab mich schon wieder zu lange dran aufgehalten. Das wollte ich doch gar nicht. So. Das ist das mit dem Paketnis-Tuch. Ganz ehrlich. Oh, der kommt wieder. Der kommt wieder. Ach, Mann. Das bringt, glaube ich, nichts, wenn man die gleiche hinterher haut, ne? Ach, Mann. Das war schon wieder nichts. Scheiße. Kacke. Gut, damit kann ich nicht umgehen. Das gebe ich jetzt zu. Ich glaube, wir werden uns diesen Test noch ein anderes Mal widmen. Und jetzt erst mal gucken, dass wir weitermachen können hier. Was haben wir hier noch? Den Praxistest. Und den Planungstest. Ach, komm, einmal den Planungstest. Los. Okay. Und ich hab nur diesen Ping. Der trifft. Das ist doch... Oh. Nein. So schafft man das nicht. Also nochmal. In einem Schlag... Auf jeden Fall auf ihn draufhauen. Wie machen wir das jetzt am besten, dass wir hier sparen an Laufweg? Das dürfte auch schon reichen. Na, gucke. Ja, also... Na? Du wisst ja Bescheid. War er richtig gut. Sandbox. So, jetzt aber zurück zur Story, würde ich sagen. Ich bin jetzt echt gespannt, was noch auf uns zukommt. Mit unserem Schwert wird es dann wieder schlechter gehen. Na klar werde ich das machen. Ich ignoriere dich eh die ganze Zeit, mein Freund. Oh, mal wieder hier. Hm. So, wir hatten jetzt mal wieder eine kleine, ähm, ich sage mal, ähm, äh, hier, wie nennt man denn das immer bei Serien? Eine kleine Füller-Folge. Und haben uns ein wenig ausprobiert und gemerkt, wir kommen mit diesen Paketen immer noch nicht so ganz klar. Wir müssen das ohne Pakete machen. Ich finde, unsere Schockwellen, die wir da auslösen können, sind auch sowieso um einiges cooler. Also, bis zur nächsten Folge. Okay, wir gehen. Das war's für heute.